Herzlich Willkommen meine lieben Zuschauer, meine lieben ASMR, was sag ich denn jetzt, meine lieben ASMR Schätzeleins, das passt gut, meine lieben ASMR Schätzeleins. In diesem Video, wie es natürlich im Titel und im Thumbnail schon steht und stand, gibt es wieder Let's Eat Mugbang, Mugbang, Macbang. Oh ja. Und heute habe ich mir etwas Leckeres gekauft. Etwas, auf das ich, sorry, falls ich hier so ein rötliches Fleckchen habe, ich habe vor zwei Tagen eine Fieberblase bekommen. Und da war ich schon ein bisschen gestresst. Aber jetzt geht es wieder. Und zwar ist es etwas aus dem Reformhaus. Und es sind solche, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ehrlich gesagt, ich hätte es mir noch mal richtig durchlesen sollen. Naja, ich habe es nicht getan. Ich gucke nur, mir kommt das vom Klang sehr laut vor. Vielleicht liegt das an dem Volume. Ja, ich mache mir das mal ein bisschen leiser. Genau, das sind so Stangen, also wie Teigstangen, also so gerollte, längliche Stangen. Die gibt es eben im Reformhaus, vielleicht auch im Bioladen. Und die sind gefüllt mit zum Beispiel einer Champignon-Füllung oder Spinat-Füllung oder mein Favorite Tomaten-Füllung. Also Tomatenpaste. Und heute habe ich noch eine zweite dazu ausprobiert. Ich konnte leider nicht an mich halten. Ich habe schon vorher in der Küche ein Stück probiert. Eigentlich wollte ich ja so einen Taste-Test mit einbauen. Aber ich will ehrlich sein. Und die zweite Variante ist Hokkaido-Kürbis. Ingwer, genau. Und ich würde sagen, das Schöne an diesen Stangen ist, dass sie nicht so viel Ekliges, Optisches machen. Also man schmiert sich nicht den ganzen Mund voll. Aber sie machen trotzdem sehr gute Geräusche, weil sie eben so knautschig, manschelig sind. Und das sind sie. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Ja, das kann man. Und hier sieht man auch schon die Füllung, weil ich sie halbiert hatte. Und hier ist Hokkaido. Das sieht man leicht orange. Und hier rot. Mein Favorite ist nach wie vor Tomate. Es riecht so gut. Das ist halt das Schöne, dass die auch vegan sind. Da ist keine Butter oder irgend sowas drin. Und obendrauf die dunklen Körner sind Leinsamen. Auch sehr gesund. Ich würde sagen, ich beginne mal mit dem Hokkaido-Röllchen. Das ist so lecker. Ein Gedicht. Das ist das vollendete Schmerzen. Die Perfektion. Der Schmerz-Geräusche. Nicht, weil ich es so gut mache. Sondern, weil die Rolle die perfekte Konsistenz hat, um solche Geräusche zu machen. Ich habe mir mal wieder Knoblauchpulver noch drüber gestreut. Deswegen habe ich gerade mit dem Finger das vom Teller runter. Also mein zukünftiger Partner, der tut gut daran, wenn er auch Knoblauch isst. Sonst wird es schwierig mit uns. Ich liebe Knoblauch und Zwiebel. Obwohl ich selber den Geruch nicht von Menschen mag, wenn sie das ausdünsten. Also der Atem oder der Körpergeruch. Das hat man häufig bei arabischen Männern oder auch bei Indern. Dass die immer alle so ein bisschen so ein gewürzig, also nicht alle, aber wenn sie eben entsprechend das Essen essen, die Gewürze essen. Dass sie immer alle so ein bisschen würzig riechen. Oder eben nach muffigem Knoblauch. Das habe ich in Berlin schon so oft gehabt, wenn mir jemand entgegenkam. Deutsche sind glaube ich nicht ganz so große Knoblauch-Esser. Ich weiß es nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es meistens eher so eine Hassliebe ist. Also die einen hassen das total, den Geschmack von Zwiebel oder Knoblauch. Und die anderen, wie ich, können gar nicht ohne. Das war das knusprige Ende. Boah, ist das gut. Ganz tolle Kombination. Bei Okaido-Kürbis muss man halt immer ein bisschen schauen, dass man da Pepp reinbringt. Weil Okaido immer ein bisschen manschelig. Also klar hat Okaido-Kürbis natürlich einen guten Eigengeschmack. Aber ich finde Okaido ist immer sehr lasch im Geschmack. Also von Hause aus nicht sehr würzig oder salzig oder sauer. Einfach recht neutral. Und in dieser Stange war jetzt ja eben diese Kürbispaste. Und war schon auf jeden Fall ganz gut gewürzt. Aber hätte für mich beispielsweise noch ein bisschen mehr Säure oder mehr Salz haben können. Und darin finde ich glänzen eben diese Tomatenstangen total. Die haben diese Säure, das Süßliche und einfach das intensive Aroma. So, los geht's. Oh ja, du willst zu mir. Stimmt, ich sollte noch ein Thumbnail machen, aber ich habe noch einen Rest übrig draußen in der Küche. Um. 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 Schmeckt auch sehr stark nach Basilikum. Da sind auf jeden Fall Kräuter mit drin. Ganz toll. Tritt sich fest. Mega gut. Sollte man aber auch nicht zu viel essen. Weil sonst Bauchschmerzen gibt. Es fettiger. Und es ist eher säurebildend, als dass es basisch ist. Und der Körper braucht basisch viel. Weil Getreide ist säurebildend. Und Tomate auch. Aber auch ich als gesunde, als Apostel. Hab meine Schwächen. Wie sowas. Oder vegane Schokolade. Also ich bin auch niemand, der jetzt nur Salat den ganzen Tag isst. Das schaffe ich noch nicht. Oder nur Salat und Obst. Oder grüne Smoothies. Ist noch nicht so meins. Aber vor ein paar Tagen haben mein Kumpel und ich uns eine ganz leckere grüne Soße gemacht. Also rohe Soße, die ist nicht gekocht. Da haben wir Rucola in den Mixer. Basilikum. Spinat frischen. Olivenöl. Zitronensaft. Ein bisschen Gewürze, also Salz, Pfeffer. Ein bisschen Muska, ein bisschen Muska, ein bisschen Zucker, glaube ich auch. Ja, und das Ganze dann verquirlt und dazu Nudeln. Es war mega lecker, aber auch sehr intensiv. Das Basilikum hat einen extrem starken Geschmack gehabt und natürlich auch der Rucola. Der Spinat kam kaum durch, weil Spinat ja auch nicht so viel Eigengeschmack hat. Der Spinat. Der Spinat. Du willst nichts. Das ist aber schade. Heute werde ich mir wieder einen Rote-Bete-Salat machen. Also frischer Rote-Bete. Also nicht die abgepackte, gekochte, sondern einfach die Knolle gerieben mit Zwiebeln. Check. Olivenöl, Zitronensaft und auch wieder etwas Zucker. Ich mag das süße auch im Essen. Hatte ich auch gestern schon, war auch super gut, deswegen möchte ich es nochmal, weil ich auch natürlich schön darauf achten will, dass ich genug Eisen aufnehme. Hier ist es etwas, was ich habe. Es gibt es einfach auch einen Knoll-Knoll-Knoll-Knoll-Knoll-Knoll-Knoll-Knoll-Knot. Es gibt es einfach eine Knoll-Knoll-Knoll-Knoll-Knoll-Knoll-Knoll-Knot. Boah, das Ende ist so knusprig, das ist so knusprig, sag ich dir, jung, jung, jung. Und das ist das letzte Stannerl. Und das ist so knusprig. Ich träume nur etwas vor mich. I'm just dreaming whilst eating. And enjoying the flavor. Genieße den Geschmack. Genieße den Geschmack. Ich komme vom Insiderlober. Eating in slow-mo. Soh lecker. Soh lecker. so, so, so lecker das müsste ich mal in der S-Bahn machen jemanden so anstarren und dann dabei essen, die würden mich alle für verrückt halten Hallo und jetzt das letzte Stückchen der Kiste Das ist so schön. Ein sehr deliziöses Abendbrot, sage ich dir. Sehr, sehr lecker und ich werde natürlich gleich noch die kleine Alpe Okaidus, danke, auch noch vernichten. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und ich danke dir, dass du mir beim Essen zugesehen hast. Was anderes kann ich leider dazu nicht sagen, es ist ja so. Und vielleicht hast du bei dir um die Ecke auch ein Reformhaus oder einen Bioladen, vielleicht haben sie sowas dort auch. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Very, very delicious, sehr, sehr lecker. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten A-F-M-R-Video wieder. Ja, und bis dahin sage ich, pass gut auf dich auf und bye-bye. Ciao, ciao, au revoir, hari vidasji. Und, und, und. Ciao, 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 ciao.